Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover mit mir, dem Tobi. Vielen Dank fürs Einscheiden, falls du überhaupt immer einscheitest. Oh! So, da sind die zwei Gebäude. Wo meine Eben? Hm? Ich wüsste es ja. Ähm. oh Guten Tag. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Ja. Ich hab's gefunden. Hab euch. Wird Zeit, dass euch jemand da runterholt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Die Polizisten denken sich einfach nur, so, nicht mein Problem. Allie, ich hab die Räuber gefunden, aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und hab das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Hm, lecker Krankenhausverpflegung. Hallo, krankgeschrieben heißt nicht unbedingt, dass man direkt ins Krankenhauskommt. Das weiß keiner so genau. Aber doch, die sozitiz. Warte kurz. Nein, wir wollten den Stein haben. Nein. Oh, Mann. Zum Glück habe ich keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Französische Papageien sind geil. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Ja, Chase. Moment mal, wir sind Chase. Wow. Oder hat die Waldfee? Wir haben leider meine Sachen verloren, mein Geld. Und in Lego bekommt man sein Geld echt schnell wieder. So, zack. Oder kann man sein Geld echt schnell wieder. So, zack. Na ja, das Zeug sei eh geschmacklos aus. Das wird doch so eine Sprungplatte, oder? Oh, ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Hey, die uns müssen, komm. Alle Mann, abhauen. Die Diebe werden mir nicht entkommen. Jawohl, Ninja Chase am Start. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Genau, Chase. Genau. Genau. Ich bin, ich bin. noch mal hin war wusste gar nicht dass ich so ein guter turner bin ja doch chase du bist der beste in allem das ist man doch immer alter kollege von mir spielt f1 2012 das wären dann zwei fast da ist nur noch der anführer im namen des gesetzes chase hast du vergessen ihn zu schnappen wird wohl schwieriger und hier kommst du nicht rüber ich habe auch eine person erkennen die womöglich der kopf der verbrecher bande ist sie scheint jemandem zuzuwinken du musst dir schon mehr einfallen lassen um mich aufzuhalten warum habe ich nur die klappe soweit aufgerissen moment jetzt schickt sich doch jemand der lego city polizei an hier mitzumischen und es sieht nach einer verhaftung aus für sie vor ort conrad peters von den kanal k nachrichten ja 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 komm schon ich habe eine frau und zwei goldfische ja 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 Ich kann nicht. Der nimmt mich auseinander. Okay. Ich arbeite für Rex Fury. Rex, wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatross-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Na ja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na jetzt wohl nicht mehr. George? George Vater Bensonbury? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Ihr habt die Hände vergesst. Ja, das war nicht ganz zu viel. Mal gucken. Alles gut. Natürlich setzen wir die Geschichte fort. Nach dem Park muss ich erstmal aufhören. Dann muss ich... ...kann Einzug laden. Und dann muss ich... ...ähm... ...na, wie heißt das? Und dann muss ich... ...ähm... ...king dem Kammer aufnehmen. Ja, irgendwann mal... ...wenn wir mehr... ...ähm... ...sachen machen können... ...wenn wir das doch mitprobieren. Geh direkt ins Gefängnis. Ziehe keine 2000 ein. Hey, Chase! Hab dich gerade im Fernsehen gesehen. Sah es etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatross-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Uh, der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Hm, keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Warte. Gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Zuerst musst du auf die Fähre am Steg hinter der Polizeistation. Und dann? Sagst du dem Chief nichts davon? Du... Danke, Frank. Wir sehen uns später. Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. Und wenn du siehst, schiefst. Und wenn du siehst, schiefst. Du wirst siehst, schiefst. Sorry. Yau moin. ich schlag gerne sachen in lego city caros wäre es recht wenn es dann so offensichtlich ist ich bin jetzt captain der fähre und bringe kleine und große lunken rüber zum albatross gefängnis super aber wo ist sie hab sie versenkt du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen oder hey ellie haben wir hinter der polizeistation welche von diesen super stein ich muss die fähre wieder zusammenbauen war frank wieder am steuer dieses mal nicht dann lass mich schnell eine scan software aktualisieren okay ab jetzt kannst du deinen kommunikator als datenscanner einsetzen er wird dir jeden super stein in der nähe anzeigen berühre die datenscanner schaltfläche auf dem kommunikator und folge den anweisungen nachdem ich auflege danke ellie solle mich wirklich mal als pirat versuchen die stimme habe ich bin da nur nicht die papagein die das wird mir nicht helfen der sah dann so eingeschlossen aus der ja 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 Bis zum nächsten Mal. Ey, 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 ey. Wie kommt ihr da? BAM! Ist das nur die Faro? Da haben wir nicht drüber Jetzt Nein Die machen mir nicht zufällig das Tor auf Kann ich ja auch nicht zufällig Nein. Ah! Wir brauchen 15.000. Das ist natürlich eine harte Ansage. Nein! Jawoll! Das dürfte es gewesen sein, oder? Schaut so aus. Werde wohl eine Weile hier im Hafen fest sitzen. Könnt ihr mir eine Opa anschauen? Nene. Ich brauche dir jetzt hier deine Fähre. Aber warum ist die Rot und die Opa auch nicht? Ich weiß. Hehehe. Der Fähre wird aktiviert. Jaja, jetzt. Nee! Jetzt lass mich die Sachen aufsammeln. Ah! Dafür hast du ein gut bei mir. Komm an Bord. Wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar. Komm schon. Komm schon. Komm schon! Kim, das ist ja soוצFann? Komm schon. Du bist." Du bist ein bisschen geil. Du bist ein bisschen nemer. Ich habe keinen Öppel. Du bist der Öffel. Du bist der Öffelman. Oha, das kann ja was werden. So. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lass ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. Also erstmal, ja? Bauen wir hier wieder Chase. Kennst du doch. Werter! Lass mich warten. In der Tat. Das ist natürlich auch super safe. Die Gefangenen können da nicht raus. Bleiben da einfach drin. Die Gefangenen. Soll das auch. So kann man es natürlich auch machen. So kann man es natürlich auch machen. So. Aber ich würde sagen. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wer es euch gefallen hat, geben darum auf. Interlass konstruktive Kritik. Bis zum... Kann ich hier überhaupt speichern? Ist das Spiel automatisch gespeichert? Egal. Die Folge ist jetzt trotzdem zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gibt es auch noch auf. Interlass konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.